Für eine gelungene Fortsetzung benötigt man die Rückkehr liebgewonnener Charaktere. Wir sind wieder zurück! Ein Abenteuer, das alles in den Schatten stellt. Wenn man an solche Geschichten glaubt, gibt es eine Bestie, die dein ganzes Schiff in die Zermalmitte-Tiefe zieht. Und Weltstars wie Keira Knightley, Orlando Bloom und Geoffrey Rush. Fass es mit Jack! Ach ja, da war ja noch was. Und Johnny Depp. Von dem kriegt man nie genug. Klar, so weit. Fluch der Karibik 2, Allerheiligen, 20.15 Uhr. Und Teil 3 am Sonntag darauf aufheben!